Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag, der 2. März 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 322 und ich habe die folgenden Themen mit für euch. E-Flight, Bragg, Spotify, Kameratests, Fahrspurassistent, LG Notch und Huawei Oreo. Beginnen wir mit einem Huster. Ich habe diese Woche so viele Huster aus den Geek Talk Daily Sendungen rausgeschnitten, wie ich meine Podcast-Erlebzeit nie aus all meinen Podcasts geschnitten habe. Es ist ziemlich hässlich und ich bin bald wieder fit, versprochen. Kommen wir zu den Themen. Bragg.ca, der Online-Shop in der Schweiz, hat das RC-Geschäft von e-Flight.ca übernommen. Somit steigert sich das rund 12.000 Teile umfassende RC-Sortiment um 3.000 weitere Artikel. Bragg steigt somit weiter auf im Bereich RC und hat da unter anderem auch Expertise in Form von Mitarbeiter mit eingekauft. Spannend, spannend. Bragg geht ja wirklich Vollgas oder gibt wirklich Vollgas. Denn am nächsten Dienstag gibt es eine kleine Medienveranstaltung, wo Bragg folgendes verkünden wird. Von Mikrochips zu Pompchips. Bragg steigt in den Lebensmittelhandel ein. Jetzt wird es wirklich spannend. Ich freue mich schon, wenn ich neben den ganzen Gadgets und sonstigen Zeugs, was ich da alles kaufe, dann auch noch meine Lebensmittel vielleicht darüber kaufen kann. Ich bin mal gespannt, was da kommen wird. Kaufen könnt ihr bald auch schon Aktien. Und zwar von Spotify. Rund 4 Milliarden oder ein bisschen mehr als 4 Milliarden Dollar Umsatz machen die Jungs und Mädels aus Schweden. Aber 1,2 Milliarden Nettoverlust. Schon heftig. Aber eben, so funktioniert das heutzutage. Mal schauen, wie lange das noch gut geht und oder wer sich vielleicht nächstes Mal dann Spotify krallen wird. Aktuell ist es ja die MWC durch, also der Mobile Work Kongress in Barcelona. Und da hat es einiges an neuen Smartphones gegeben. Jetzt gibt es natürlich dann diverse oder besser gesagt, es gibt schon diverse Kameratests vom neuen Samsung Galaxy und von Sony Geräten etc. Und es gibt natürlich auch wieder Bestenlisten. Eine dieser Bestenlisten kommt vom Consumer Report, so der Kassensturz oder der Stiftung Warentest von Amerika. Angeführt wird es vom Apple iPhone X 10. Entschuldigung. Dann kommt das iPhone 8, das 8 Plus und dann das Samsung Galaxy S8. Ich bin jetzt mal ganz gespannt, wo dann da das 9er von Samsung mit reinschwirren wird. Wenn man andere Tests anschaut, ist ja anscheinend das Samsung Galaxy S9 top oder wieder on top an der Liste. Ich habe euch diese Woche schon mal kurz erklärt, dass der Fahrspurassistent jetzt für Österreich neu ausgerollt wird. Anscheinend, wie ich jetzt auf einer anderen News-Plattform gelesen habe, ist es auch in der Schweiz jetzt so. Ich dachte, das haben wir schon ein Weilchen. Konnte mich irren, da ich selber leider ja nicht so viel mit dem Auto unterwegs bin. Oder das heisst leider, nicht mit dem Auto unterwegs bin. Beim Schweizer Ständerat Politik will man zukünftig hoffentlich auf Papier verzichten. 7 Kilo Papier versus einem Laptop. Ich habe im Video gezeigten Surface, das eben 7 Kilo Papier pro Mitarbeiter ersetzen soll. Das Ganze sind übrigens aufs Jahr gerechnet und pro Ständerat 5000 Schweizer Franken für den Druck und Papier vernichten etc. Schon heftig und somit finde ich das kein falscher Weg. Denn bislang durfte man weder Twitter, Facebook noch sonst irgendwelches Internetgedöns im Ständerat mit reinbringen. Damit, sprich mit dem Tablet, kommt das Ganze natürlich. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird, generell auf die Politlandschaft. Aber wenn wir schon beim Surface sind, wer solches ein Eigen nennen darf, der bekommt jetzt ein Firmware-Update, was ihr unbedingt installieren sollt, denn das bringt Akkustabilität mit sich. Stabilität vom Akku ist immer eine geschickte Sache, denke ich doch. Ein weiteres Update gibt es für das Huawei P10 und das P10 Plus, dem Flagship aus dem letzten Jahr von Huawei. Das bekommt jetzt langsam aber sicher Android Oreo 8.0. Ich habe vor der Sendung meines nochmals ein bisschen mit Strom versorgt. Bei mir ist es noch nicht so weit, aber wie immer solche Rollouts, wenn ich bei Apple, gehen halt einfach schrittweise raus. Und ich hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen, Wochen oder vielleicht Monaten auch mit dabei sein darf. In diesem Sinne, das waren es die Themen, die ich heute für euch bereit habe. Das war auch meine Woche. Nächste Woche wird euch der Achim wieder begrüssen ab dem Montag. Es hat mich gefreut und ja, wir hören uns wieder. Euer Pogipsi. Hätten einen schönen Tag, erfolgreichen Tag vor allem und dann bald schon ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.